Die Frontschaufel hat eine Kapazität von 22 Kubitmetern und das bedeutet, dass wir mit einem einzigen tollen Frontschaufel ganz im Sack von diesen Fliegel-Anhängern, die wir hier sehen können, befüllen können. Der Tankler-Maschine hat ein Volumen von 6000 Liter. Der PC 4000, meine Damen und Herren, erreicht mit einem 16-Zylinder-Motor eine unglaubliche Leistung von mehr als 2000 km.